Ikapada Raja Bhujangasana ist die halbe Königskobra oder auch die Kobra mit einem gebeugten Bein. Komme zur Kobra und hebe dabei Brustkorb und Kopf so hoch wie du kannst, beuge dann ein Knie und gib den Fuß Richtung Kopf und den Kopf Richtung Fuß. Es macht dabei nichts, wenn du nicht ganz hineinkommst. Mit etwas Übungen wird das immer besser gehen.